Platwerk 365 ist einer der bekanntesten Webshops für Blechlohnfertigung in den Niederlanden. Hinter dem Webportal produziert Suplacon mit modernsten Maschinen Blechteile und Baugruppen für die Industrie. Zur Steuerung der Laseranlagen von Bistronik und Trumpf nutzt Suplacon das WICAM PN4000. Seit 2016 ist der Webshop online mit dem RIDA IQ ERP, dem CAD-System und PN4000 verbunden. Dadurch bekommen die Kunden von Suplacon online innerhalb von Sekunden scharf kalkulierte Preise und stundengenaue Liefertermine. Gerhard van de Guchtel, Produktionsleiter. Besonders die Integration in unser ERP-System macht WICAM für uns so wertvoll. Unsere Stärke ist die Lieferung maximaler Qualität zum versprochenen Zeitpunkt. Bei einem Unternehmen unserer Größenordnung brauchen wir neben dem täglichen Einsatz unserer Mitarbeiter zwingend auch eine präzise Fertigungssteuerung. Durch die Maschinenrückmeldungen hat Suplacon immer den Echtzeitzustand des Produktionsverlaufs und kann bei Engpässen per Mausklick die Aufträge flexibel an andere Maschinen verschieben. Seit Neuestem können über den Webshop auch 3D-Teile im Step-Format angefragt und automatisiert angeboten werden. Zudem können Suplacon-Kunden über Excel-Listen Sammelaufträge in Sekunden kalkulieren und ordern. Gerhard van de Guchtel, die Wünsche unserer Kunden sind der Maßstab, den unser Angebot übertreffen muss. Die offene Struktur von WICAM und die Schnittstellen sorgen für einen smarten, transparenten Informationsfluss von den CAD-Zeichnungen unserer Kunden bis zur fertig gelieferten Baugruppe, wenn gewünscht mit Stückzahl 1 am nächsten Tag. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.